so gegen den mabi 99 spielen wir ich bin mal gespannt hat ungefähr ähnliche kampfkraft immer noch am anfang alle rausgefunden hat wie man das matchmaking schneller startet gehen auch die partien schneller rein so wir gucken mal luftspezialist nehmen wir luftspezialist wir fliegen heute mal mit lebenspunkte wir brauchen keine vorräte mehr wenn die freigeschaltet werden das ist schön und die reichweite wird erhöht da wird er wahrscheinlich was gegen luft nehmen das heißt wir werden dann versuchen mal was ganz anderes wir gehen jetzt mal was hat er denn na war ich doch was gegen dinge sind immer mal artillerie so also teilen die mal ein bisschen beide kommt noch du noch da und du noch ich habe ich kein geld gehabt hat sie gekauft so er hat sich auch kleine kriecher gekauft mustang mustang und gute gegen ja das werde ich verlieren besonders wegen der anti artillerie so die sind die mustang sind echt die muss man sagen die sind echt geil so das heißt elite crawler ist natürlich schwere mustangs stufe 5 ist schon gut nehme ich die so 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 kommt das dort hin so hat 100 möchte ich ich glaube nicht das geld spare ich mir ja hier fehlt mir noch ein bisschen der schutz aber die haben es geschafft näher uns nicht einer 2 wohl nicht gedacht dass sie dadurch kommen so barriereendite modul das finde ich gut so zwei von ihm so ein rino so mit dem modul warte ich noch ab wie es sich hier so verhält na der link gut ab das ist ja schön und so überleben meine flieger das ist natürlich noch schöner das war doch gar nicht so schlecht ich habe nichts ohne hält zu 150 zusätzliche das nehmen wir mit also die waren gut die wespen 400 nochmal einmal hiervon ein Er kriegt ein Upgrade und du kriegst das Upgrade. Obwohl ich bin Fliegerspezialist und mein wirklicher Vorteil nutze ich nicht aus, weil irgendwie bringt es gerade nichts, aber gefühlt nichts. Das Elite-Modul habe ich auch nicht genutzt. Ich brauche ein bisschen Flugabwehr, der baut langsam seine Wespen-Schwärme aus. Ja, das war's. Flugabwehr, da müsste ich Mustangs holen. Die noch ein bisschen gegen die Wespen agieren. So, er dahin und er nach hier und einmal Elite und einmal Elite und dann einmal da dazu. Zack, zack und ein Upgrade. So, das war's. Ein großer. So. Na. Ne. Wohl, hier hat's ein bisschen was gebracht, da hinten nicht. Könnte ich zwar noch gewinnen, aber es war eher Glück. So, die Seite braucht was Großes. So, schwere Rüstung. Ja. Du kriegst jetzt mal so ein und zwar hier hin, dorthin und dorthin. Und dann kriegst du das Elite-Modul und du kriegst die schwere Rüstung. Und dann mach mal den gleich mehr und... Na. Doch. Du kannst ja abgeweilt kriegen. Zack. Zack. Ach, Mann. Ach, Mann. Ne. Uh, ne. Das wird teuer. so geschwindigkeitsspitalist diese nähe wohl ja der kantor abgehört kriegen so und diesen ist okay so und reichweite nach wird der stahlkugel diesen okay mal upgrade 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 du auch und du bist schon maximum du kriegst auch noch eins und hier da setze ich mal ein schildchen drauf und da auch oh der hält aber viel aus jetzt ja er sieht das da ganz gut aus da verliere ich etwas aber es hält das passt so und du willst auch weg jawohl jetzt mal ein bisschen anverspruchsvolle schlacht hier so ein tragbares schild das ist doch nett kriegst ein ach du hast schon was dann kriegst du das tragbare schild so einmal upgrade einmal upgrade 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 die 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 reichweite um 40 ja komm und upgrade du auch und jetzt Ja, die Tombe kommt. die flieger machen ganz schön was jetzt abgestürzt es sieht so aus ja dann würde ich mal sagen vielen dank fürs zusehen und dann sehen wir uns der nächsten folge